Das ist ein Erz Masi Pilami, den Typen kennen wir doch Oh mein Jaaa Jaaa es war der Ey komm mal zurück onside Warte pass auf Eeeeeeeee Zeig mal Ey das kann mir doch jetzt keiner erzählen Ich spiel eh schon LR, danke Leon, halts mal und gib mir LR, tschüss Nick, darfst du mal sagen? Es ist mir klar Nick, tschüss mal Da komm runter Fackst du mir einmal an, ich geb dir so'n 360 Ausrub Krass fertig Wo ist denn Waiflay? We don't know Barricade the room We need to protect the biohazard container The players, Nick Der schlechteste Spieler hier Will man die Hedges? Ich ne, ich mach was für Axten zu Ne, ich mach Küchen Hedge und Bar Hedge Ne, du machst Blue Wo der Blue was auch immer übrig bleibt Wo der Blue was auch immer übrig bleibt Oh, jetzt durch die Tür zu gehen Da ist er auch ne Oh, durch die Tür zu gehen Ey, yo, ähm Riesen, hast du noch ne Impact? Nick, Impact? Nein, nicht so, ja, hab ich so Ja, du musst Rotation mal zu Blue machen, ne Kann ich nicht, keiner zu Doch, Alter Komm doch, du machst hier so'n Scheiß-Lotation, was kein Beschwein braucht Aber das Wichtige Machst du'n Monty, Alter Machst du'n nicht, Alter Gute Lutscher Gute Lutscher Gute Lutscher, alle Gee Mega ist komm zurück und mach das Rotation, danke Nick, du brauchst nicht viele Schuss für einen, Alter Ich hätte ihn gewonnen, das Hm... Ich hab keinen Impact mehr Ja, was ist dein Ernst, Alter Gute Lutscher Du machst halt so'n Scheiß-Lotation, du hast keinen Schein braucht Tschüss, Gubana Wen hast du denn gekillt? Brrrra 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 Urana Nein Kennst du auch Eier jucken Raus bei Stock sind drei Leute Da 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 Wurde was an? Wurde was an? Wurde was Er glitcht mit Monty Hinter Monty ist noch einer, Nick Das war toll Nick, lass dich sowas zu ficken Wo ist denn der Monty? Digga WTF, Mann Er hat mich Er hat mich auf, Nick vor dem Schirr Please Re-Low Danke Ich dachte der Monty wäre ein Ding, Alter Nice Hacker, okay Ich wollte jetzt schon ein Hacker, so, mein Beiler Ich hab ihn ge-Scheiße Ra- Deswegen immer Chen drauf Deswegen immer Chen drauf Deswegen immer Chen drauf Skylar stirbt doch, Alter Skylar stirbt doch, Alter Skylar stirbt doch, Alter Skylar stirbt doch, Alter Ich hab den Ich- Wie schlecht muss der Monty gewesen sein? Jetzt mal ernsthaft Er hat- Er hat ge- Glitcht und hat mich nicht bekommen Der Monty 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 Dieאני Das ist deine Halbmann Cleared your gauge I don't know I don't know I don't know what to do Very good Very very good Good He has wallhacks? What the fuck They have wallhacks I don't know who but one has wallhacks He No way He has wallhacks Nice wallhacks Now he's starting to hack, dude That's his turn There's a monster, dude Flashing coming Flashing coming Rolling out Flashing out Flashing out Ah, jungen No, 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 no Friant spoiler Flashing 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 oh ne witz der hat ja richtig gute richtig gute reaction gehabt also der typ hätt also wie der mich auf irgendeine dings gepfickt hat also wie ich den eingewallbanked hab das war auch nicht besonders laget ich weiß nicht ice spray to kill me my haha was ich brauch mal haha you lost a round hey ohne witz ich will den jetzt mal beobachten wie der das den jetzt unten spielt wenn der das normal macht alter oh das war fisch die spielen ja jetzt auch so ne richtig komische sache alter die schild glitzen und so über also versuchen haben in jeder tür mit schilder so komisch gestellt und mit monty schild glitzen sie nice gegner by the way haben wir gute gegner gekriegt keins nice gegner blöcke los blöcke lika schreibe Dingo Skrrrraaaah Pupupupupup Ey, Bar, macht die Info? Ich weiß nicht, was denn diegge 5 seconden Ella 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 ja 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 die die denしました Ella 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 rief uns auf ja nice Oh nein, 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 nein Bist du ein Kek? Ich hab einen Nidiot Feil jemand mit der Rockpistole Nein, du bist Rupe, Quatsch Pette, willst du mich verarschen? Oh, machst du doch ein Kek, Eis? Warte, hab ich nicht, Eis Federwaffe? Durchgezogen, nee, nee Du, ein Lacker Jo, einer meiner Elternschaft da Der ist oben drin Und die Glitch, Digga Der ist so schlecht, Digga, ist das denn ernst? Barsi Pilami, den Typen kennen wir doch Oh mein Ja Ja, es war der Ey, komm mal zurück, onside Warte, pass auf, Alter Äh, Bro Zeig mal Nice Hex Der, ey, das kann mir doch jetzt keiner erzählen Hahahaha 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 So bad So fucking bad So, alle Schild Ich spiel Blitz, let's go, Shield guys Bitte, muss ich jetzt echt machen Es ist ein Bitte nimmt alle Schild, Play Shield guys Sorry, es ist useless Macht man den Glitch eigentlich? Bitte, Skylar, spiel Fuse oder so Ja, ja, ich spiel hier, ich spiel hier, nein Achja, Fuse hat der auch gemacht, schon Stimmt, gute Idee, danke mal Verlust, ey, das ist so traurig Ich spiel so fucking rar Okay Echt? Echt? Ja, so Unser Randy hat's wahrscheinlich noch nicht geschlafen Ich hab's ausgelöst, dass er hackt, ne Ich hab ihn jetzt lang gebankt und er hat, ist dann ab, geklickt Also äh, fassen wir mal zusammen Shield glitching, Monty glitching, Hacking Und mehr fangen wir zu Was? Nick, du musst es erst mal Nick musst es erst mal wieder aufnehmen und äh Das lacht ich so komplett Oh, und erst mal, wenn ein neues äh, Played against Hecker Kann man da von euch, wie der Monty glitch funktioniert? Kann man mal gucken? Den mach ich jetzt Weil das gerade so lustig ist Das Spiel hat noch gegen Barsi Pilami Der absoluter Monty Glitcher Ey, aber Dario, Barsi Pilami Ist es nicht ein Freund von Dario gewesen? Der fehlt immer auf dem MS-RTS Ey, ein Freund von Dario? Ey, ein Freund von Dario Ey, ein Freund von Dario Von Dario Oh mein Gott, so bad Nee, nicht, dass ich wüsste Ich glaub, der Name war auch bekannt Also, ich... Nick lass mal hochkennen zusammen, dann schüße ich von oben Kann man mit hochkennen Was, ich.. hitchhsels Meinends Kann man nicht Jos Ich bin mir halt ziemlich sicher dass er uns gleich warrenkt Ja Ja So So, traurig. Oh, nein. Wo stand der? So traurig. So traurig. Wir müssen mal Monty schälen, oder? So traurig! So fucking traurig! Ich hab die beide. Der verliert halt mit Hex. So traurig. So traurig. So fucking traurig. Das ist so lustig. Das ist so fucking lustig. Wie schlecht die sind. Sie sind so schlecht. Oh mein Gott. Das ist so fucking traurig. Jungs, ihr müsst euch einfach die ganze Zeit bewegen. Ihr dürft nicht stehen. Ich wollte auch Pulse nehmen. Oh mein Gott. Ey, bitte Tab-Taste. Was? Tab-Taste? Eh, Leertaste meine ich. Drück mal Leertaste. Hab ich. Ja, guck dir mal mein Skin. Was sagst du dazu? Super geil, oder? Black Eyes. We need to protect the Biohazard Container. See you man. Lele. Oh, bruh. Man, das hat übelst den Ohr nachvoll. Warum hast du mich angeschossen? Pop, pop, pop. Wer? Irgendjemand hat mich angeschossen. Also ich dich nicht. Ich bin ein Strip, Digga. Ich bin ein Strip, Digga. Ich bin ein Strip. Dann kann ich dich nur wallbang, aber... Wir müssen immer über... Wir müssen gucken, wo... Reefass mal bitte Strip. Da ist das einzige, wo sie nicht von unten oder oben bangen können. Fuck, man. Das sagst du mir jetzt. Jetzt hab ich schon meine Reefassung gewastet. Leon hat er. Ding los. Tab-Tab-Tab-Tab. Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ganz clever. Fucking traurig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. 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 Fucking traurig. Oh, ja. Common War ring mich doch, du Lutscher. Traurig. Fucking traurig. Der steht nach 7 Diles. Unglaublich. Die sind Level 83 schon verbessern. Vor allem, die Level 200 hacken halt auch. Die werden ja kaum viel zu viel Wert, Alter. Traurig. 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 Dieser Hacker kommt vor Gerritsch. Warte, 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 warte. Traurig. 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 Aber die haben schlechtes Aim. Wir können die also zu zweit eigentlich ficken. Ja. Einfach alles pre-feiern, pre-feiern und pre-feiern. Genau, am besten... Lass ihr Crossfire haben gleich da, also. Wenn der Typ kommt, ficken wir den einfach. Crossfire. Oh! Nice! Ihr habt den Hacker. Schön. Der nächste Runde haben wir dann gewonnen, ne? Mad? Fragezeichen? Ey, er wurde halt gequickscoped, der Lutscher, Alter. Da ist noch was. Wir haben aber mehr als einen. Das sind noch eine, besser. Die sind auf der Flutur. Die haben noch eine... Der Multi-Klitcher ist hier. Ja, ja, die müssen wir mit ihm machen... Ich bin Smoke, ich komme. Jungs, der kann Ape mit ihm zippen, ne? Ja, das weiß er glaube ich gar nicht. Wir können rotieren, wir können rotieren auf dem Hutt. Ey, wir dürfen uns nicht nur... Die sind zusammen auf dem Hutt, wir müssen nicht nur sprechen. Die sind zusammen auf dem Hutt. Die müssen wir sprechen. Locker geht wieder einer hoch Oh, get fucked Erstmal im Heldetricken, oder? In der Bar weg jetzt nicht Der Impact, smoke ihn, smoke ihn, der ist in der Ecke jetzt hier Ja, komm her Hey, komm her, smoke ihn Hey, 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 hey Welcher Ecke? Haufen Hinter Motis noch mal hier Hä? Ey, die erste halt einfach Mach mal hinter Bar auch, das war mal Ich smoke ihn mal richtig, Digga Hauke, das ist ein Dive Hauke, das ist ein Dive, Digga Ja, fuck, der Monty, ich seh, ey Ich seh ihn halt nicht mehr Du musst ihn richtig smoken, ne? Ja, ruhig Setscher ist noch bei Monty Holy shit, er hält in the good thing Oh, nein Du musst, du musst ihm helfen Ja, okay Okay Ah, he's He's cool Ach, Mann, ey Der Monty war Ich hab ihn in deinem Rauch Ich hab ihn in deinem Rauch nicht gesehen, Alter Oh, mein fucking Gott Das ist ein Lackshot Oh, mein Gott Ach, Mann, ich hoffe, wir die Runde noch verloren haben So, Shield Let's go Level 250 Warum hackt der Typ? Kann mir das mal wer sagen von euch? Dann nehm ich die mit Martin, Mann, die Glitch auch hat ein Item Glitch You need to locate the biohazard container Bitte lasst das gewinnen, ey Ich will das unbedingt gewinnen Rainbow Six Z Vor allem Wir müssen halt eine Defense gewinnen Die Wärten, warte bei Den die oben Den echt oben Wie gern würde ich diese ganzen Kids mal in echt sehen, ey So schön Und ihr auf die Fresse hauen? Ja Ja, alles dabei Ja, nicht nur das Glaubt mir Wäre schon was anderes Ey, kennt der einer von euch immer an die Glitch? Nein Du musst, glaub ich, irgendwas mit dem Schild zu vorn zurück Ich hab keine Ahnung Wo sind die überhaupt? Bedrocks oben Die haben hier aufgemacht Bei der Vielenck! ... 3 Bei der in Debatten Etwas oyn ... ... Ich habe mich nicht mehr verletzt, ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe ein Breach-Charger, das ist besser als einer Ich bin einfach rein 2 Dumps Nice, I'll dance the Hacker Heller ist wieder oben Warte, 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 ich komme hier und will help you man I will help you man I will help you out In a second, I will breach here I will fuse first Blaster charge activated, march for you Blaster charge Wir können on-set reingehen, ich gehe on-set rein Da ist einer Badezimmer, einer Badezimmer Nein, da ist der, da ist der Der ist, der ist im Ballwärm Und der ist Lass mich blitzen, lass mich blitzen Lass mich blitzen Lass mich blitzen Nice man Wir holten die Frags nicht raus, weil wir die ganze Zeit Schild spielen Hey, darf ich mal blitz spielen, bitte? Hm? Mal blitz spielen Nein, come on, diese Runde nicht Dann nächste Runde Nicht, nicht beim Hacker Oh nein, wir starten Defense Ja, ich weiß, wir müssen eine gewinnen Das heißt Ja, fuck man Nicht runter, nicht runter Alle Traps, alle Wir müssen alle Traps spielen Ella, Lesion Frost Noch Gibt's noch für Traps Gibt's noch für Traps Lesion Lass, bitte nicht Da hin, Badroom Wir müssen Badroom gehen Weil, du kannst da so einfach Nee Kannst du Wallhacken da? Nein Okay, wenn du meinst Und im Badroom Oder was? Nee, Arsenal Arsenal Ja, Arsenal kann man auch nicht durch die Drohnen Ja, aber beim Hedge Lauf von oben nach unten Überall Aber nicht überall Ja, hier ist der Ja, und Mach die Head System Pullt mal die ganzen Drohnen Die räumen mich nicht zu sehen Wecken die das dann einfach nicht Das Ding ist, die wissen halt sowieso Dass du da, wo du bist Ich wollt grad sagen Die sehen dich so oder so durch die Wand Ja, die wissen nicht welchen Einer sieht man Einer sieht man Ja, eine oder so Hey, call dich doch alle an Dann wer büßet die Meinst du? Meinst du? Ich glaube letztes Mal Dann sind sie aber richtig Arschlöcher Ja Was denkst du man? Hop4 Drone Located in Biohazard Container Die sind als Spot unterwegs Also weißt du, ob alle Spot sind Also das wäre schon echt Nix nicht mehr Also die sind Goblin der Gero richtig Und ich glaub dem sogar, dass der Solo unterwegs ist Aber Also dieser Mars und Pilami und so Das ist ein Safe im Eck unterwegs Weißt du, ich würd halt, wenn's Wir, wir stehen bestimmt 4-4 Nice Wir stehen bestimmt 4-4 dann Was? Dann würd ich als random einfach Ich würde alles mit C4 Oder Granate Team killen Das wär, das würd ich machen Ganz einfach Wenn ich wüsste, dass ich einen Hacker im Eck machen Wer würde das nicht machen, welcher Legend Player Jeder Legend Player würde das machen Ja, die, 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 die zum Beispiel nicht Die zum Beispiel nicht, die zum Beispiel nicht diamond bin Machen sie's nicht Ja, ich würd das machen, aber ich hab noch nie einen Hacker gesehen bei mir Wenn man sowas nicht macht, dann ist man halt genau so muren und so Das man nicht besser als die Hacker Der Hacker, wenn, äh, ich hab mal zwei Hacker im Sinn gehabt Und die waren so schlecht 2-4 und 2-3 Ja, da oben ist einer Ich geh mal aufs Klo Main Stairs Ja, lass ihn mal Main Stairs Bücher, rennt da einer rum Du hast ihn! Du hast ihn! Hacker! Du hast ihn! Ich wusste, dass er mich durch die Wand killen will, wenn ich... Ja, gebaitet, du kleiner Hulze Er hat halt auch einfach null Brain, wirklich Gebaitet Wir haben auch den Monty Glitcher, ne? Will ich get someone? Der ist hier bei mir Wer? Wo? Wo ist der Monty? Monty bei mir Wer bist du denn? Wir müssten ihn zusammen facken Komm, ich helfe dir gegen den Ist da noch jemand? Ist der Hedge auf dem Nick? Ich kann nicht mehr Monty, wo ist der Monty? Monty, wo ist der Monty? Monty, nein, 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 nicht Monty ficken Der, 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 der Monty ist gut, glaub ich Monty ist gut, ja Oh, nice Fetscher war aber auch noch Cover, cover yourself, guys Den Mann kann den Monty keinen Hedgehammer Hab ihn! Da ist noch einer, der ist auch noch gut Nice Der ist auch blue, auch blue Ja, er slid, er slid, er slid Äh, 60, ungefähr Nicht beat, mein Puff Gern die Lochen sagt, wenn er vorfuscht, also Ich hab den Wir haben fast, wir haben die Defense gewonnen, guys Bitte, bitte, gimme Payday Einfach nicht scrollen, oder? Bitte, lass es doch einfach Jetzt kommt Leon Bitte warte doch einfach Das war so ein Headshot, das war so ein Headshot, Digga Der hackt da auch, Jungs, hackt da auch Ja, sagt doch, der Terror Team Aber Payday, der kann ich nicht holen Der kann ich nicht holen Ohne Aimbot, ne, ne Mit Aimbot, ja Aber wenn er durch Stark kriegt, ne Vielleicht wenn du veraimst von mir, oder? Am besten, du Topschottest du ihn dann noch Und dann versteckst du dich einfach hinter dem ganzen Hinter diesem weißen Ding, wo du ihn gerade bist, ne Ja, ja Nice Wir haben eine Defense gewonnen So, jetzt wieder Schildspot Kann es sein, dass die alle so gute Einzelplayer sind Aber die so krass im Team spielen können? Ähm Jinger? Skyler oder Leon Nimm mal mit einer Blackwirt Wir machen Tunnel-Push Ey, ich spiel Blitz Nein, ich spiel Blitz Gib mir Blitz Hals im Maul, du Tricks Hey, Darius doch Blitzen, ey, Alter Lass doch Darius blitzen Ey, Skyler, kann ich mal bitte? Ey, ich meine nicht Blitz, ich meine Blackwirt Skyler, darf ich mal bitte? Was denn? Führst du oder was? Ja Ja Let's go Jungs Eine Runde Und dann wird aber Reingechattet, Alter Ey, ich würd halt gerne mal Masi Palami So einen auf die Fresse hauen Ja Das ist so ein Hurensohn Vor allem Vor allem Hört mal zu Der Hacker ist mit mir oben Im Gym Ey, Nick, wie heißt du jetzt auf Hausparty? Hm? Wie heißt auf Hausparty? Wir haben mich noch nicht angemeldet Warte Ähm Masi Palami ist oben Bei mir Also in diesem Headstream Bei Bedroom nebenan Und Hacker Masi Palami knifet mein Schild Es geht weg Und er kriegt es nicht hin, mich zu killen Ich kneife ihn und kill den Hacker mit der Kiste Das ist so Also Vor allem jetzt, der Typ Glitch, ne Hat in Montagnen eine 0,7er KD Und eine Win Rate von 5% Die Krab hat 50% Die kann man so schlecht sein Wenn man mit so schlechten Steps hat Vor allem diesmal kam er angeämt an Aber Aber Ich konnte ihn nicht Ich hab genau das gleiche Ich hab genau das gleiche Ich hab Ich hab gedacht Ich hab gedacht Er hat jetzt den gemacht Und hat den nicht hingekriegt Oder so Aber ne, es ging nicht Sind die unten? Geld ist clear, ja Gute Frage eigentlich Geld ist clear Geld ist clear Ich drohe nochmal aus Ja, die sind unten Blutunnel Blutunnel Ja, okay Blutunnel ist clear Aber die haben nicht so ein Pixel-P Von irgendwo onside aus Haben die so ein Pixel-P Oben ist einer Boah, der hat den, ey Good job, nein Links, links ist nicht Greenfall-Snack Die werden euch nicht Nehmen vor, wäre ich safe, Leute Ich schlag mal auf Haben die bei mir letztens gemacht Warte, warte, warte Ich drohe noch Der Typ liegt auf ping Der liegt auf ping Der liegt auf ping Ist der Doc Nice, next shot Auf ping Put Church Ja, 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 ja Nude ist der Hacker und der ist ein Church Was? Nick, hast du das gesehen? Was denn? Ja, bei mir auch Der kriegt keinen Headshot Oh, man, wie hast du denn? Der Typ hat bei mir auch schon ein Headshot geschluckt Lass ihn sehen Skyler, du hast ihn gesehen Ja Ja, ich will ihn ja mal picken Bläh, er ist den Hacker hier picken Denkst du es ja? Ja, das ist es Der war neben noch da Das war es ja nicht der Hacker Das war es ja nicht der Hacker Ja Der Hacker, das muss der Hacker sein Ich glaube der Hacker, das muss der Hacker sein Der Hacker spielt auch unter Droppe auch mal Blu runter jetzt Achtung, Blackware droppt Der Hacker ist glaube ich oben Ja, was? Ich droppe über dir, ne? Ja, mach Geist, der Hacker ist oben, der Hacker ist oben Ey, der Hacker ist oben Der Doc kann einfach keine Headshot zelten Nein, bei mir Ich hoffe auch schon nicht zu sein Push ihn einfach jetzt Willst du jetzt nochmal füllen Das Ding ist, dass sind mehrere Leute Ich kann nicht einfach pushen Wir gehen doch zusammen ab Der weiß, dass das da ist Mit dem Wort einfach Willst du take jetzt einen Headshot? Ja Ja Memorial oder so keiner Ja Ich hab ihn, ok aber Links, links, Tür Links, Tür Links, Tür Flieh vorne durch die Wand, links, Tür Ich bin injured Ja, ich flieh Dann krieg zurück, krieg zurück Ja, warte Ja, warte Warte Krieg, warte bitte Wir können Jetzt, jetzt helfen, jetzt Ja, ja, ja Ich hab noch eine Drohne Ich droh mal ganz kurz Onside Ja, Onside ist Frost Wart sich rund wo Mhm, Frostmatt hinterm In deinem Schild Links Frost ist hinten beim Objective Container Wieder kein Headshot Ja, Mann, da kann man halt auch nicht rein Ja, Mann, da kann man halt auch nicht rein Ja, was ist mit den Menschen los, Mann Die machen dann... Wie geht das, Mann Wie kann man... Wallhackern Team Chillclinchern Team Und die machen dann jede Scheiß Tür So eine ver- Alter, was ist mit denen, Mann So, alle Trap Operator Jetzt wieder mal Was sind das für Huchensünde, Mann Äh, wir gehen da, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie man Monty ausschalten soll Wie den Dreckswichser ausschalten So, was ist noch Trap? Ich denke, das ist eine gute Idee Was? Gehen wir noch mal Bar? Oder Bad Room? Er hat gesagt, Garage Genau, Garage ist eine richtig gute Idee sogar Ja, ja, ja Geh Trappen und geh auf die Gäste Ja, ja, ja Danke, danke, danke Wozu braucht ihr denn noch Drohnen? Ihr wisst doch eh alles Punkte Und so Hande oben, Windforce Wir müssen die Outside Walls, Windforce Schnell Hallo, Junge, hallo Alles Windforce Die können ja nicht wallbang Ich wette mit dir die Wallbang hier oben Jetzt darf keiner unten stehen Nein, dann wallbang sie durch die Tür Nein, das ist eurer Ernst, egal Ich bin halt echt noch mit Zornheit Ich glaube hier drinnen, oder? Äh, durchs Drohnen, oder was? Durchs Drohnen, oder was? Ja, lol, ja moin Ja, ich weiß wie das schnell kommt Ich weiß wie das schnell kommt Ja, der macht hier auf Dann renn da mal raus, wenn er aufmacht mit Shotgun Was? Proste machen Ja, als ob da nur einer im Cash-Mino stehen Ey, was machen die da für ne Kacke, Alter What? Was für fägelst, Alter Äh, FULL LIFE Leon, FULL LIFE Hast du mir zugeguckt? Keine Chance, Mann Ey, da kriegt man so Aids, Digga Drück einfach auf 5, Mann Danke Wenn wir das nicht mal angucken, wie er jetzt mal rumläuft Drück einfach auf 5, Danke Bitte Obso, ich geh wieder auf den Track Ich guck mal, ob der jetzt aufm TS ist von Mr. Gamy Ich guck mal Ohne Wille, ich hätte auch übel walken mit denen Einfach mal, dass die nur aufs TS kommen sollen Und uns mal erklären sollen, warum die hacken, Alter Ja, ja Einfach mal so ein normales Gespräch mit den Föhnen Wie, ja, aber keine Ahnung, das geht anscheinend nicht Wie deine Mom, die Hure Ich hab, ich hab, ich hab einfach mal Ich hab den einfach mal geedit Ich hab den einfach mal geedit Mal gucken, ob er annimmt Wenn er annimmt, sag ich mal Soll bitte einfach mal TS kommen, Alter Terror G auch noch, an die Frage Ich zieh mal ganz kurz einfach, ähm Lass einfach kurz chillen, sonst Ich hab nicht keinen Bock gleich wieder gegen die zu spielen